Reinfahren, abheben, durchstarten. Unter diesem Slogan eröffnete die Mainzer Volksbank im Hechtsheimer Gewerbegebiet an der Rheinhessenstraße den ersten befahrbaren Mainzer Geldautomaten. An zwei unterschiedlich hoch angebrachten Ausgabestellen, entsprechend der Höhe ihres Seitenfensters, können Autofahrer ganz bequem abheben, ohne aus ihrem Fahrzeug aussteigen zu müssen. Den Standort der Rheinhessenstraße in Mainz-Hechtsheim hat die Mainzer Volksbank wegen des hohen Verkehrsaufkommens bewusst gewählt, erklärt Martin Eich, leitender Mitarbeiter im Unternehmensbereich Kommunikation. Genau, also dazu gekommen ist es so, es war lange schon in den Köpfen drin, dass wir hier in Hechtsheim, wenn das Gewerbegebiet ausgebaut wird, uns da auch als Bank positionieren wollen, dass wir quasi hier auch als Bank unseren Beitrag leisten wollen und haben überlegt, wie können wir das clever oder einfach machen und da war es sehr oder lag es nahe, dass quasi mit der Rheinhessenstraße hier um die Ecke, dass quasi viele Pendler Tag ein, Tag aus hierüber nach Mainz rein und wieder raus fahren und man gerade in der Innenstadt, wenn man Geld holen will, entsprechend Parkplätze suchen muss, immer damit beschäftigt ist, quasi in die Filiale rein, Geld zu holen, wieder raus und dann haben wir uns gedacht, wir machen was unkompliziertes, also sprich, so einfach wie das Auto schnell auf dem Heimweg zu tanken, kann man hier auch noch ganz normal Geld abheben, fährt mit dem Auto rein, muss gar nicht erst aussteigen, zieht sein Geld und ist direkt wieder auf der Straße und hat dadurch wenig Aufwand und kann schnell dadurch Geld tanken.